Morgen steht für die meisten von euch das Mathe-Abitur an und deswegen gibt es jetzt gerade noch mal die Top 5 Mathe-Abitur-Tipps von mir, damit ihr morgen richtig gut abliefern könnt. Willkommen zurück Abitur-Athleten, mein Name ist Leo Eckl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traum-Notchritt kommst. Morgen ist Mathe-Abitur-Zeit und ich will jetzt einfach noch mal, dass ihr am letzten Tag noch mal mit meinen wichtigsten 5 Tipps versorgt werdet, damit ihr morgen eure Bestleistung abruft und deswegen lasst uns keine Zeit verlieren und sofort in den Tipps starten. Tipp Nummer 1, jetzt siehst du nur eine Klausur. Das bedeutet, du musst dir keinen großen Kopf machen. Natürlich wird diese Klausur sehr, sehr viel stärker bewertet als alle anderen bisher, aber wenn du dann in der Prüfung sitzt und nachdem also diese ganze Anfangsaufregung, weil für viele ist es die erste Mathe-Klausur, nicht die erste Mathe-Klausur, die erste Abi-Prüfung, alle wissen es wird krass gewichtet, viele haben Angst vor Mathe, aber wenn diese ganze Anfangsaufregung mal verschwindet, jeder an seinem Platz sitzt und du für dich selber bist, nur du, das Papier, der Tisch, deine Flasche, dein Stift, dein Stuhl, dein Essen, dann bist du voll für dich selber und dann wird es sich nach einer halben Stunde genauso anfühlen, wie jede andere Mathe-Prüfung bisher auch. Kurze Zwischenankündigung, heute findet um 18 Uhr auf meinem Instagram-Account leo-ecklen Livestream für euch statt, wie ihr Nervosität in Vorfreude umwandelt, sodass ihr morgen mit voller Power in die Prüfung startet. Wir sehen uns dort und jetzt viel Spaß bei den weiteren Tipps. Der zweite wichtige Tipp, um das Ganze wirklich auch allgemein entspannt angehen zu können, ist, dass du deinen Prüfungstag planst. Wenn du deinen Prüfungstag planst und du wirklich weißt, okay, wann stehe ich auf, was esse ich am Morgen, welche Sachen muss ich mitnehmen, wie komme ich in die Schule, was möchte ich vor der Prüfung machen, dann hast du so viel mehr mentale Ressourcen frei, um dich wirklich auch auf die Prüfung zu konzentrieren. Deswegen mach dir heute noch einen Plan, was morgen, wann und wie passieren wird, sodass du dich dann vollekann auf die Prüfung fokussieren kannst. Drittens ist es ganz entscheidend, dass du weißt, was du in den letzten 15 Minuten vor der Prüfung machen musst oder machen möchtest. Das ist nochmal so, so viel wichtiger als der ganze Plan davor. Denn der ist auch sehr wichtig, dass du grundsätzlich stressvoll reinstartest, aber die letzten 15 Minuten vor der Prüfung entscheiden darüber, in welchem mentalen State, in welchem Zustand du in diese Prüfung reingehen wirst. Und wenn du mit einem schlechten Zustand reingehst, dann vielleicht mega krass aufgeregt bist und dann irgendwelche am Anfang Aufgaben verkackst, sondern du kommst mit der Zeit nicht mit daher, dann wird es alles so ein Strudel und komplettes Chaos. Deswegen, sei dir vor allem bewusst, wie du die letzten 15 Minuten vor der Klausur angehen möchtest. Es kann sein, dass du schon 15 oder 15 Minuten vor Klausurstart schon da sitzen musst, dann kannst du dir da schon überlegen, was du da machen möchtest. Da würde ich beispielsweise empfehlen, sprich mit keinem mehr, außer das lockert dich ein bisschen auf, dann ist es wieder deine Sache. Aber ich beispielsweise habe einfach auf meinem Platz nochmal ein bisschen meditiert, habe mir visualisiert, wie die Prüfung verlaufen wird, habe mich so einfach in positiven Zustand gebracht und bin so auch wirklich richtig gut in die Prüfung reingestartet. Und genauso für die 15 Minuten, wo du vielleicht noch draußen vor der Klassenzimmertür sein kannst, da würde ich dir auch empfehlen, geh von allen anderen Leuten weg, setz dich irgendwo entspannt hin, hör Musik, meditier, alles was dir gut tut, alles was dich entspannt und alles was dich gewissermaßen in deinen Fokus bringt. Weil dieser Fokus ist so, so entscheidend. Um dich herum mit so viel Wirbelsaal, so viele Leute werden, kannst du mir das noch kurz sagen, kannst du mir das noch sagen, wie ging nochmal die Abwendung, oh mein Gott, ich habe so Schiss. Wenn du dich von all diesen Sachen einfach nicht beeinflussen lässt, voll dich auf dich fokussierst, dann wirst du auch deine beste Leistung abrufen können. Und deswegen sorg wirklich dafür, dass du diese halbe Stunde, diese 15 Minuten vor der Prüfung voll dich auf deine Sache konzentrierst, damit du dann auch wirklich deine High Performance zeigen kannst. Viertens, entspann dich am Anfang. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du aufgeregt bist. Ich war auch in den ersten 15 Minuten von der Prüfung, obwohl ich mich in einem guten State gepasst habe, weil trotzdem so, okay, fuck, 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 das ist, okay, auf einmal alle Zahlen wirken ein bisschen neu und du hast einfach das Gefühl, da auch der Druck gewissermaßen da ist, dass alles irgendwie ein bisschen anders ist. Und das ist vollkommen normal. Lass dich davon nicht verunsichern. Das heißt, geh gleich davon aus, dass die ersten 15 Minuten einfach ein bisschen anders werden. Das ist vollkommen in Ordnung, diese ersten 15 Minuten machen nicht die ganze Prüfung aus, wenn du da ein bisschen langsamer arbeitest, um überhaupt gut reinzukommen. Vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass du nicht voll in Panik verpfiffst. Einfach die ersten 15 Minuten ganz locker angehen, mal reinkommen, bisschen chillen und dann werden die restlichen Stunden auch richtig, richtig gut laufen. Und wenn du dann eben reinstartest, dann ist es als fünften Tipp noch ganz wichtig, dass du dann auch einfach konsequent die Sachen durchmachst. Bleib fokussiert, auch wenn es vielleicht nach zwei oder drei Stunden ein bisschen anstrengend wird oder du keinen Bock mehr hast. Geh fokussiert von Aufgabe zu Aufgabe. Überspring nicht gleich die Aufgaben. Versuch wirklich dran zu bleiben. Versuch sie wirklich zu verstehen. Versuch wirklich auch zu glauben, dass du jede Aufgabe lösen kannst. Geh konsequent durch bis zur letzten Aufgabe, bis der Gong kommt. Mach mal von mir aus auch konzentrierte, bewusst gewählte Pausen, wenn du aufs Klo musst, wenn du mal was essen willst, wenn du mal was trinken willst, wenn du gerade merkst, okay, gerade blockiert dein Kopf. Mach zwei Minuten Pause, mach fünf Minuten Pause. Geh ans Fenster, spring auf den Klo ein bisschen, whatever, was dir gut tut. Aber arbeite wirklich fokussiert. Wenn du diese vier Stunden Klausur hast oder wie lange auch immer deine Klausur geht, dann ist deine einzige Aufgabe, voll fokussiert dabei zu bleiben und das Maximale rauszuholen. Weil dann wirst du schlussendlich auch deine beste Note bekommen. Aber wenn du wie viele dann auch nach drei Stunden, ach, wann ist es eigentlich vorbei und sie schauen auf die Uhr. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du ganz konzentriert deine maximale Leistung abrufst, damit du schlussendlich auch das beste Ergebnis erzielst, was du erzielen kannst. Jetzt kann ich auch nicht mehr viel für euch tun, außer euch das Allerbeste zu wünschen. Geht es easy an. Ihr habt es drauf. Ich glaube an euch. Ich wünsche euch euren Erfolg von ganzem Herzen. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Euer Leo. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Wir beide sehen uns dann auch nach dem Mathe-Abi im nächsten Video. Vielen Dank.